Sieh jetzt 5 Minuten aus dem Film Tom & Jerry. Oh, wow, der ist ja süß. Ich dachte, nichts übertrifft ein Blindenklavier spielender Kater. Er kann sehen. Er ist ein Schwindler. Er ist ein ganz normaler Klavierspielender Kater. Ich will mein Geld wieder zurück machen. Er ist ein Schwindler. Hey, alles in Ordnung? Sei das nächste Mal vorsichtiger. Du hättest mich verletzen können. Oh, du meine Güte. Entlassen? Wieso? Zum einen wegen der Unterwäsche, die Sie über die ganze Fifth Avenue verstreut haben. Ach kommen Sie, das war nun wirklich nicht meine Schuld. Das war ein Herz-und-Maus-Spiel. Und jeder weiß, dass man sich da nicht einmischen darf. Bewerben Sie sich nochmal in vier Wochen. Nein, bitte, Sir. Bitte, Sie... Das können Sie mir nicht antun. Oh? Letzte Woche habe ich einem Mann geholfen, den Klim zuzumachen. Eine Stunde lang. Durch meine Hilfe hat er sein Fitnessziel erreicht. Okay. Was wäre... Na ja, wenn ich ab sofort Ihre Assistentin wäre. Miss Forrester, Sie haben vor zwei Monaten angefangen. So funktioniert das nicht. Vielleicht war dieser Job einfach nichts für mich. Vielleicht ist das so. Wissen Sie was? Ich kündige. Ich kenne mich. Hallo, wieder mal ein Gratis-Essen? Tom on Jerry, hier auf YouTube. Untertitelung des ZDF, 2020